hey leute habt ihr das gerade auf instagram gesehen dass ich eine live übertragung gemacht habe ja ich hoffe euch hat das video dass ich gerade vor paar stunden hochgeladen habe gefallen das habe ich auch auf instagram gezeigt kennt ihr noch das t shirt das habe ich mal verlost und habt mir auch eins gelassen ja und ich habe noch im instagram video gesagt dass ich ein green screen habe ja ich wollte nur das gesagt haben und hier das habe ich nicht im instagram video gezeigt aber ich hier zeige ich das mal die habe ich mal selber gemacht auch selber gemacht aus langweilig hier habe ich extra einen youtube play button gemacht ihr kennt doch den schlimmsten feind von von einem minecraft typen den creeper habe ich mal auch gemacht ich habe ja vom green screen geredet hier hier ist er drin in dem nächsten let's play video wird der green screen vorhanden sein hier drauf ja leute ihr habt alle infos gesehen das nächste wird das nächste video wird am ersten ersten sein im neuen jahr bis zum neuen jahr wird es keine videos geben also bis bald nach paar tagen werdet ihr das sehen bei